hey leute und willkommen zu einem neuen video ich bin wieder aus dem oder braus ja eigentlich ganz cool aber ich darauf will ich gar nicht so weiter eingehen vielleicht ich dann noch offen andere in einem video ein ich habe mein pc wieder ist irgendwie mega ungewohnt aber gut ja wir machen heute mal wieder ein ios let's show seien wir mal sozusagen weil es kein test mehr ich habe das ganze münchen vor dem urlaub heruntergeladen das spiel heißt jurassic world the game und keine angst der kanal mutiert nicht zu ios sondern ich mache es jetzt halt gerade einmal weil mir das spiel so gut gefällt ich habe sie vor dem urlaub heruntergeladen und den ganzen urlaub lang gezockt wenn ich halt hier auch schon level 17 und ja mir macht einfach so mega spaß dieses game und zwar ist es erst mal aus einer sicht so ein park game also ihr seht ich denke viele wenn jurassic world kennen übrigens mich das gerade mit meinem iphone 6 auf via r server vom pc her falls es euch interessiert und ja ich weiß nicht ob jetzt den ton hört ich habe ihn mal angemacht ja auf jeden fall erst mal wie sagt so ein park game und in diesem game jetzt im prinzip darüber darum sei es einfach mal ich mache den tod wieder aus weil er asynchron ist ja ein park möglich mit vielen dinosauriern zu füllen also ihr seht ich habe jetzt hier so viel dinosaurier und wenn man diese dinosaurier hat kann man sie auf leveln ich zeige es jetzt mal ein beispiel von einem level 3 einfach der ist noch nicht so hoch ja hier seht ihr wenn wir da drauf geklickt haben habe ich jetzt gerade schon gemacht dann kommen wir hier in dieses menü können uns den einmal anschauen können auch verkaufen für dna dna brauchen wir um die andere dinos zu kaufen also damit können wir andere dinos kaufen und ja wir können dann hier unten rechts füttern und so levelt er im prinzip ich habe jetzt 6000 essen das essen bekommen wir indem wir hier bei nahrungsproduktion hier auf aktivieren unten links klicken dann kostet das ein bisschen gold oder produziert und sozusagen nahrung ja ihr seht in einer stunde hat er halt die nahrung fertig produziert da müssten wir wieder was aktivieren können jetzt auch schon ein bisschen was aktivieren aber ja also in einer stunde hat er alles fertig produziert dann bringt uns keine nahrung mehr hier seht ihr kann aber schon die nahrung bevor er fertig ist einsammeln ja und er produziert uns dann immer wieder nahrung bis halt die zeit abgelaufen ist jetzt haben wir schon 16.000 essen und immer wieder hier rein und wir können jetzt wie gesagt aufleveln drücken wir einfach mal die ganze zeit auf füttern ihr seht dann es wird jetzt 5 ich habe jetzt einfach mal zwei level gelevelt glaube ich jetzt nicht so stark weil den habe ich nicht vor irgendwie hoch zu pushen den möchte ich momentan noch nicht hochleveln ja und wenn dann ein dinosaurier level 10 erreicht weiß ich mich hier ein beispiel guck mal ja ich könnte den mal auf 10 machen dann seht ihr und wir können ihn nicht füttern sondern nur noch entwickeln jetzt müssen wir den zweiten dinosaurier von der links haben ihr seht den kann ich noch nicht kaufen jetzt müssen wir den zweiten dinosaurier haben in dem wir auf plus gehen können wir kaufen aber ich habe noch nicht freigeschaltet dem ist man auch noch mal auf level 10 level wenn wir den auf level 10 haben können wir die beiden entwickeln und dann wird wenn die halt wird halt eine von den beiden verbraucht dann haben wir nur noch ein level 11 war ja dann können wir halt weiter auf level 20 füttern und dann brauchen wir wieder ein level 20 um ihn auf 21 zu bringen also klingt logisch wir brauchen halt um wieder über die nächste stufe sozusagen herauszukommen brauchen wir immer einen der genauso hoch ist wenn wir denn ihn dann level 40 ist das maximum level wenn wir dann auf 40 bringen wollen brauchen wir zwei level 30 damit halt level 31 und müssen dann ihn dann auf 40 füttern denke ihr werdet das vielleicht hoffentlich versteht verstanden haben also ihr bräuchte jetzt hier um ihn auf level 11 zu kriegen einen von der gleichen art müssten ihn auf level 10 leveln und dann ja dann können wir die halt entwickeln ja soviel dazu also eigentlich wie gesagt erstmal nur weg irgendwie erstmal nur wie so ein parkspiel aber das geile ist wenn wir unten auf schlacht klicken können wir uns durch verschiedene kampfstufen kämpfen ich bin jetzt in kampfstufe 17 und bin auch level 17 also meistens ist man auch auf der gleichen kampfstufe wie hoch das level ist also meistens ist man halt gleich an kampfstufe und hat halt das gleiche packler wie die kampfstufe also ich glaube ich hatte irgendwie wieder drumherum also ja ich bin kampfstufe 17 und man muss sich halt hier durch kampfstufen kämpfen das ist eigentlich mehr sowie pokémon ich kann euch vielleicht gleich auch mal einen kampf zeigen aber dann ja okay ich werde wahrscheinlich diesen kampf verlieren weil ich noch nicht genug gut genug bin aber trotzdem um euch das zu zeigen gehe ich das risiko halt ein dann werde ich halt verlieren bringt mich jetzt nicht um dann verlieren paar gold aber auch nicht sehr viel ja und übrigens wenn ihr wenn ihr euch den neuen dino kauft bzw es schaltet ihn auch durch diese freistaltung durch diese kampfstufen frei ihr seht nächste freistaltung kriegen wir so ein ja übrigens links live arena ist da könnte gegen online gegner kämpfen dazu kommen aber später also ihr schaltet halt jeden dinosaurier den es gibt in diesem game ein einziges mal frei ein einziges mal und dann hättet ihr wenn ihr alle nur einmal hättet logischerweise nur alle auf level 10 deswegen müsst ihr halt später nachdem ihr diese freigeschaltet habt noch mal nach natürlich noch mal welche mit dna nachkaufen weil sonst sonst hätte ich halt nur alle auf level 10 und ihr wollt natürlich auch noch höher als level 10 gehen ja und deswegen wie gesagt ihr braucht halt mehrere dinosaurier um letztendlich auf level 40 zu kommen bräuchte die glaube ich acht dinosaurier oder mehr ja weil die halt alle immer miteinander entwickelt müsst und ja also ist schon recht schwierig auf das maximum level zu kommen aber ihr seht hier ich habe einen schon auf level 31 und sie jetzt noch auf level 40 zu ende füttern ich würde jetzt auch mal so weit es geht das foto wird aber nicht ausreichen ja da schon wieder nicht genug aber uns für nur noch sieben level und dann haben wir ihn schon auf dem markt aber ich will noch mit diesem hier auf level 31 gehen ihr seht ich wir fahren ja gerade schon level 30 ja wieder zusammen damit die entwickeln kann weil ich hier für diesen auftrag wobei hier zwei auf level 31 brauche ja und wie gesagt habe ich jetzt zwar nicht erwähnt aber ihr bekommt halt immer aufträge wie zum beispiel hier verfüge über zwei dinosaurier auf stufe 31 oder höher oder schwierigste kampfstufe 17 ab ja es gibt natürlich auch solche aufgaben wie füttere 17 mal ein fleischfresser oder bauer ein café oder whatever ja also das dazu und wenn er dann ein dinosaurier gekauft hat beziehungsweise freigeschaltet habt erscheint er erst mal dort im markt dann steht anstatt hier dieses kaufen symbol ein ausbrüten symbol habe jetzt keinen den ich noch nicht ausgebrütet habe deswegen ist bei mir auch logischerweise kein symbol ja und wenn ihr dann auf ausbrüten klickt erscheint das hier in dieser brutkammer und dort dauert es halt eine gewisse zeit bis euer dinosaurier schlüpft wenn er schlüpft dann seht ihr hier abschließen und dann können wir auf sammeln klicken und dann bekommt ihr halt euren dinosaurier den ihr ausgeschlüpft habt bei mir ist es jetzt ein drittes lobby labyrinth und und ja keine ahnung wie man die ausspricht ja weil wie gesagt ich will halt mit dem auf level 3 auf level 40 gehen beziehungsweise erst mal auf level 31 deswegen müsst ihr erstmal hoch pushen ja hier seht ihr also die müsste jetzt mal noch alle hoch pushen aber das mache ich später ja also da sonst habe ich eigentlich schon so zu den aufträgen alles gesagt natürlich gibt es wieder in der kauf hier können wir aber gar nicht das mit einer kauf kaufen kaufen käufe käufen kaufen wie schwierig ja weil hier kann man nur wenn man die muss verkauft oder kampfstufen abschließt bekommen kommt man nur ein dna dna habe ich gerade gesagt dna ist auch das deutsche wort ne dna ist das englische wort und dns ist das deutsche ja egal dna ist auf jeden fall auch richtig auf jeden fall bekommt ihr wenn ihr dinos verkauft die dna wenn ihr aufträge erfüllt dna und ja also ihr könnt das nicht durch in game käufe kaufen was sie aber durch in game kaufe käufe kaufen könnt alter ist dollar mit diesen dollern könnt ihr entweder sachen verschnellern also das heißt dinosaurier verschnellern entwicklungen verschnellern also entwicklung dauern hat auch noch mal geld also entwicklung ist das immer zwei level 10er zusammenpackt oder zwei level 20er das dort das kostet auch noch mal ein bisschen an zeit das könnt ihr alles mit diesen dollern verschnellern als als was zeit braucht ja und ihr könnt damit münzen kaufen also falls ihr mal nicht genug münzen habt oder ihr könnt auch futter damit kaufen ja ihr bekommt aber auch dollar durch aufträge oder so ich habe noch zehn prozent what the fuck scheiße ich glaube leute da ich gerade noch 20 prozent habe hole ich mir mal eben schnell ein aufladekabel habe ich auch noch nicht in der aufnahme gemacht richtig lustig auf jeden fall anschließend kann ich auch schlecht mit meinem headset bewegen und ja es läuft auf das für den in game kaufen dann gibt es noch etwas das finde ich aber einerseits cool aber das geschmackssache nenne ich paar kartenpakete ich liebe irgendwie so pack openings auch wenn ich selber höchstisch wie kaum welche kaufen werde und zwar gibt es hier ein gratis paket wundertütel dort sind meistens münzen spezielle missionen auch dna sogar drin also dna könnt ihr halt auch dieses paket bekommen essen oder irgendwie sowas drin manchmal auch ein dino aber dann meistens ein gewöhnlicher dino ja und da gibt es halt noch diese packs gewöhnlich sehr selten extrem selten und legendär nennlich gibt es halt dino stufen ja die schlechteste sei ich einfach mal und die nicht sehr selten ist halt gewöhnlich da kommt sehr selten extrem selten und dann legendär und dementsprechend sind die dinos halt auch stark das heißt auf level 1 hat ein gewöhnlicher nido vielleicht 40 leben während ein legendärer keine ahnung 500 schon auf level 1 hat deswegen also das ist halt die sind halt dann dementsprechend auch ein wenig stärker ja das heißt nicht dass gewöhnliche dinos generell schlecht sein müssen aber ich denke ihr wisst wie ich das meine die könnt ihr halt entweder kaufen oder ihr bekommt auch durch events das heißt manchmal gibt es events öfters sogar gibt es events das heißt so jede woche oder jede zweite woche gibt es ein event dort könnt ihr halt karten pakete gewinnen entweder spezielle karten pakete manchmal kommen nicht spezielle wie zum beispiel ein flugsaurier paket hinzu manchmal kommt aber auch halt dass ihr einfach ein sehr seltenes paket oder ein legendäres paket gewinnen könnt könnt ihr entweder durch events bekommen oder halt durch rabatt aktion also manchmal ist der preis halt anstatt 50 euro 25 euro oder ihr müsst ihr halt zum vollen preis kaufen ja also entweder kaufen oder halt durch events und ja bin ich eigentlich ganz nice also ist halt ein bisschen betrun aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz cool und ja das ist dazu zu den paketen und ihr bekommt alle fünf stunden diese wundertüte gratis ihr könnt ihr auch nur alle fünf stunden bekommen ihr könnt ihr halt nicht mit diesen dollern danach kaufen ihr könnt ihr wirklich nur alle fünf die alle sechs stunden sorry alle sechs stunden bekommen und ja also bekommt ihr alle sechs stunden ein bisschen paar münzlein ja dann wollte ich euch noch sagen es gibt verschiedene elemente sozusagen einer fleischfresser pflanzenfresser flugsaurier und amphibien das hat so mehr das hat so ungefähr wie pokémon aufgemacht fleischfresser ist im prinzip das feuer element pflanzenfresser ist das gras element flugsaurier ist das zwar flugsaurier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht was zwar offenbar amphibien war das wasser element halt flugsaurier weiß jetzt gar nicht was das war von pokémon auf jeden fall ist es halt so wie pokémon aufgemacht das heißt ein amphibien hat halt ein vorteil gegen fleischfresser während ein flugsaurier einen vorteil gegen amphibien hat und ein fleischfresser ein vorteil gegen pflanzenfresser hat und so weiter und so fort aber halt mit diesem element vorteil und das bringt halt dann wenn man den vorteil hat plus 50 prozent damage und wenn man den nachteil hat minus 50 prozent der mensch also schon recht overpowered wenn man also man sollte halt immer zusehen dass man entweder gleich ist also neutral keine beeinflussung oder dass man halt im vorteil ist weil wenn man im nachteil ist kann das ganze schon schwierig werden zu gewinnen und ja jetzt würde ich jetzt würde ich sagen zeige ich euch mal einen kampf ich habe jetzt erstmal genug geredet ja wie gesagt man kann auch online kämpfe machen die kostet gerade sehr billig aber ihr bekommt später ich würde euch auch nicht geraten in diesem level einen kampf zu machen dort könnt ihr vielleicht ein zwei kämpfe machen weil ich würde euch erst raten wenn ihr vielleicht ein maximum level oder oder ein besser seid halt jetzt kämpfe zu machen weil dann kommt ihr halt auch schnell an dollar ran also später werden mega viele welche noch mega viel dollar bekommen ja also hier seht ihr kampf stufe 17 ja also ihr seht ihr so laufen hat die kämpfe ab man hat jetzt eine runde man kann jetzt ein zug machen in der zweiten runde kann man zwei züge machen in der dritten runde drei züge und in der vierten runde vier züge aber dann halt wenn es halt so weit kommt dass man in der fünften runde ist kann man da trotzdem nur vier züge machen also es geht halt nur bis zu vier züge und wir können jetzt hier auswählen entweder angreifen dann greifen wir den dino an entweder verteidigen dann blocken welt einen angriff oder bonus das heißt dann sparen wir uns diesen zug setzen dann einmal aus kriegen dann aber in der nicht drohende einzug mehr als der andere das werde ich dann einfach mal machen um euch das zu zeigen ja er macht das gleiche auch wie wir und wechselt dann direkt den dino ist recht schlau von ihm aber das machen wir auch ihr seht wir kriegen jetzt drei züge und jetzt machen wir das gleiche wir wechseln den dino so blocken ne na doch vorsichtshalber einmal blocken und einmal angreifen ich bin jetzt noch nicht der beste in der haptik ja er blockt auch also bringt uns recht wenig ja also das spielprinzip müsste sich eigentlich von selber erklären ja okay hat uns jetzt richtig wenig gebracht er blockt meinen angriff ich block seinen angriff und jetzt werden wir mal einfach so gehen ist jetzt irgendwie ein bisschen ach das ist echt unglaublich wie wir uns hier als ob wir uns absprechen würden aber höchstens schlecht wird jetzt zwei dinge machen weil er ja okay hoffentlich stellen wir nicht daran aber wir haben überlebt nice okay ja jetzt haben wir ein zug das heißt wir können jetzt 32 ich weiß nicht ob das jetzt schlauer werden nein okay wir müssen ja nein er hätte noch acht leben okay jetzt geht er uns ja gg okay ja das war jetzt das war schlecht aber wenn wir es wahrscheinlich eh verlieren würde ich halt einfach mal das kampfsystem zeigen ja wir blocken jetzt einmal und zwei müssen eigentlich reichen wenn er jetzt nicht blockt ja reichen um ihn zu killen jetzt wechselt er auf seinen flugsaurier da sind wir jetzt im vorteil ja habe ich für ganz vergessen zu sagen gras ist im vorteil gegen flugsaurier wusste ich aber auch noch nicht und jetzt blocken wir seinen angriffen nice also wir sind jetzt im vorteil das heißt wir können jetzt drei so ok gucken ob das was bringt ja ok eins müsste jetzt eigentlich nicht so viele menschen machen oder ja hat halt nicht so viel gemacht wenn er jetzt die nur wechselt dann ja ok scheiße aber das gute ist jetzt ergreift zwar an und wird uns hoffentlich nicht allzu viel damage machen bitte lass mich überleben wir haben überlebt aber das leckt gerade irgendwie nach immer kurz auf pause und okay es leckt nicht mehr nach weil es hat nachgeleckt ja wir haben überlebt und jetzt machen wir folgendes wir wechseln ihn einmal dann bonus und zweimal blocken wir gehen jetzt erst mal auf die fans wetten er wird eh wieder wechseln wenn er wechseln wird so ein richtiger abfucker einfach so ein richtiger abfucker wir werden das eh nicht gewinnen aber ich werde es einfach mal so machen ja ok hätten wir zum vorteil hätten wir vielleicht noch was reißen können aber gut ich weiß nicht ob wir ja ok what the fuck ja ok wenn wir jetzt daran sterben ja ok wir haben so gut wie verloren ja scheiße egal aber um euch das ganze zu zeigen war es ok ok ich gehe jetzt auf der menschen kriegen wir dennoch aber den anderen werden wir nicht mehr kriegen weil wir haben jetzt noch so viel leben der wird jetzt auf attack gehen und uns raushauen die kennen wir jetzt noch aber den anderen kennen wir nicht mehr also macht eigentlich relativ viel spaß ist halt so eine mischung er wird auf attack gehen ich wusste es dann haben wir verloren ja ok ja gg aber das ist halt nicht zu schlimm weil ich halt voraus sehen konnte aber es war gar nicht mal so also es war halt schon recht knapp und ja vielleicht wenn wir jetzt noch ein bisschen unsere dinos auflösen haben wir eine chance ja also ich mag das game eigentlich habe es im urlaub halt gesuchtet weil ich halt nichts anderes zu tun hatte und werde jetzt auch noch zwischendurch spielen ist klar dass ich spielen werde ich werde aber natürlich auch viel am pc spielen ja es macht für mich sehr viel spaß vielleicht kommen ja noch ein paar videos zu ich habe halt relativ bock für dieses spiel videos zu machen weil das hält eigentlich eigentlich einen schon relativ lange auf natürlich muss man bei manchen sachen viel warten wenn man nicht gerade dollars ausgeben will aber vielleicht vielleicht dazu noch mal ein video machen oder let's play format natürlich sieht man kann hauptsächlich aus pc gaming bestehen also keine angst aber das war es erstmal für dieses video hoffe es hat euch gefallen könnt ihr auch mal herunterladen ist gratis habe ich ganz vergessen zu erwähnen aber müsste eigentlich klar sein jurassic world the game im app store oder im google play store ja übrigens ich kriege jetzt kein geld für oder so eine scheiße da wäre ich jetzt eh noch nicht groß genug zu sein ich jetzt einfach mal ja ich fand das game nur recht nice und wollte es euch einfach mal vorstellen weil ich halt im urlaub auch ganz gut als zeit vertreibt fand übrigens braucht dieses game eine internetverbindung aber die kann auch recht schwach sein also hotel wlan hat da gereicht für dieses spiel also ich konnte das meistens spielen manchmal auch nicht aber eigentlich konnte ich so gut wie immer spielen also hotel wlan reicht auch echt aus leider halt nicht im flugzeug möglich aber na gut das könnte vielleicht noch nachbessern ja dann bis zum nächsten video haut rein und schau